Oh, nicht an zu spielen hier. Wer bin ich denn? Auf dem Boden steht zwei Linkszehen. Ich kann auch gleich hier durchlaufen. In einem anderen Raum. Ich habe gerade echt keine Lust mehr auf euch. Was haben wir denn hier? Oh, noch eine Kiste. Zwillingsviper. Wo finde ich denn was mit... mit... Dingen. mit Oxygen. Für den anderen Beinen kurz messe ich die Treppe hinauf. Raum links sind die Kisten. Bist du, Jersey? Hast du nicht... Hattest du nicht auch den? Habe ich dir vermutlich auch genommen. Hattest du nicht zweimal Analyse? Hatte ich eins versehentlich verkauft? Warum fällst du runter? Was hat das für einen Sinn? Außer, dass es jetzt ewig dauert, bis wir hier endlich mal weitermachen können. Du hältst uns nur auf. Hei, 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 hei. Nee, da hieß sie nicht. Jersey. Schwach gegen Schwerkraft. Habe ich jemandem Schwerkraft ausgerüstet? Habe ich das nicht irgendjemandem ausgerüstet? Hm, komisch. Aber dann scheinbar nicht euch. Da steht... Ich verstehe. Eigentlich verstehe ich es nicht, deswegen brauche ich die Hilfe von der Komplettlösung. Da steht was hinten auf dem Deckel. Ach, das meinen die mit Kisten. Ach so. Wartet. Nein, wo ist die Kamera? Die vierte Zeile unsichtbar hat hier geschrieben. Hier haben wir das Knarren im Boden beim Stuhl der zweiten Etage. Das fünfte Schritt links. Das war hinter schwarz und weiß ohne Himmel. Ah ja, das war das Klavier. Der Deckel mit... Der Deckel, der Kiste mit dem meisten Sauerstoff. Das ist hier. Ich kann mir irgendwie nur aus... Also ich kann mir irgendwie nur denken, dass das irgendwo dann auf der Seite ist mit dem Stuhl. Also hier sind Stühle. Und Gegner. Ei, 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 ei. Bleib doch an deiner dämlichen Kette hängen. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Ach doch, der hat Schwerkraft. Oh, das ist scheinbar nichts, was ich... Naja, aber das Materia, Hitze und Verwandlung kann ich auch auswählen. Muss schon mal gucken. Opa, hier vielleicht irgendwo. Nö. Hier vielleicht irgendwo. Ach so, ich muss das Knarzen ansprechen. Ja, natürlich. Fünf Schritte nach links. Eins, zwei, drei, fünf. Hä? Verstehe, jetzt kann ich... Dann gehe ich aus dem Raum raus. Nein, auf euch habe ich jetzt echt keine Lust. Ihr seid mir zu viele. Ja, links wäre ja nach, nach hier. Vier, fünf. Eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ne? Was, dann nochmal nach links. Aber hoch kann ich ja nicht. Ich könnte hier hoch. Ach. Gut, das geht natürlich so auch. So, aber ich habe nur 20 Sekunden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So, lass mich mal schauen. Also, die Nummer eins ist... Schreibe ich mir jetzt in meine Dings-App. In meine Notiz-App. Wo ist meine Notiz-App? Die ist hier. So, also. Rechts 36. Rechts 36. 36. Die Nummer zwei ist links 10. Links 10. Dann die Nummer drei ist rechts 59. rechts 59. Und die vier war 97. Rechts 97. Hä, kann das sein? Zweimal rechts hintereinander. Moment. Eins, zwei, drei, vier, ja. Okay. Tresor, ich komme. Tresor, ich komme. Könnt ihr mich jetzt bitte... Danke. Ich traue dem Rat nicht. Safe trotzdem öffnen. Was? Äh, 36. 10. 59. Oh, die 20 Sekunden sind... Das ging ja super schnell. Oh, verdammt. Geht das vielleicht mit, äh... Ne, das geht auch nicht viel besser. Ich warte, bis es abgelaufen ist und versuche es dann gleich nochmal. 36, 10, 59, 97. Puh. Puh. Was, Miss Lung? Oder hat das was damit zu tun, wenn ich dann wieder zurückgehe? Moment, wir warten nochmal. Was, Miss Lung? Das kann durchaus sein, dass er nicht nochmal zurück darf zum Korrigieren. Ach, Mist. Ach, Mist. Ha, puh. Ha, puh. Ach, natürlich. Heilige! Ach, du! Heil, halt, 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 stopp! Ha, ha. Ach, Analyse. Analyse. Ei, ei, ei. Was bist du denn? Hilfe. 7000! Ha, ha. Au, 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 au. Au, 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 au. Am I not a fan. Huch. Verändert er seine... Ach, du Schande. Ach, du Schande. Oh! 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 Alter! Was soll ich denn das machen? Oh! Oh Gott, wann habe ich es zum letzten Mal gespeichert? Oh nein! Aaaaaahhh! Oh! 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 Das Vieh ist ja heftig! Was sollte ich diese Dings benutzen? Diese große Wache? Huch! 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 Was mache ich denn? So! Ja! Lüge nicht! Ja! Ja! So! Kann ich mich hier wenigstens hinlegen? Ja! Okay! Machen wir mal das! Ich glaube, ich hatte mich zwar komplett geheilt, aber ist egal! Da kann ich was kaufen, aber mag ich jetzt gerade nicht! Nexiere? Oder hatte ich bei dir was gekauft? Ich weiß es gar nicht! Naja, ich hatte das hier so ein bisschen glatt gezogen! So, woraus redest du? Bist du krank? Verschwinde! Ach, jetzt hab ich hier gar nicht weiter umgesehen! Da ist ja noch einer! Hat die Tätowierung 11! Und ein Turboeter! Muss gehen! Wiedervereinigung! Bin auch gleich gar nicht hoch gegangen! Huch! Hier ist nichts! Da ist noch ein Vermunter! Tätowierung 4! Platin-Faust! Wo bist du? Großer Se-Fi-Roth! Was soll denn das mit den Zahlen? 11 und 4! Von dem Rest habe ich so nichts weitergekriegt! Glückskapsel! Beim ersten Mal habe ich nichts gekriegt! Ich habe den Kleinen angesprochen! Huch! Glaub ich! Okay, dann gehen wir hier wieder raus! Und Achtung! Wir gehen hier raus! Nein! Wir steigen da nicht wieder ein! Nein! Wir steigen da nicht wieder ein! Wir steigen da nicht wieder ein! Ich werde jetzt einfach mal frech davon ausgehen! Kiste ist weg! Da stand da aber auch einer! Ich weiß es gar nicht mehr! Da war das diese hier mit dem Silber-Megafon! Dann habe ich mehr聽! Nein! mehr... Dächster.. Dächster... Gering! ... Dächster! Dankeschön! Für mich... Dankeschön! Merger! Dächster! Echt! Wера! Töken! Kann ich mir die Sachen jetzt... Oder muss ich mir erst die... Also ich hol mir mir erst die Dinger. Ich glaube, das... Also ich könnte mir vorstellen, dass es nicht geht, bevor ich nicht mir die... die Tipps geholt habe. Dass ich aber jedes Mal diesen blöden Zettel ansprechen muss. Das war echt so ungeduldig. Und die Nummer 4. So. Achso, ignorieren. Warum habe ich das nochmal angesprochen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich mir tatsächlich die Dinger holen muss. Aber ich mach's mal. Weil wenn schon der Komplettlösung drinsteht, welche Zahlen das dann sind, dann gehe ich davon aus, sind jetzt immer dieselben. Wir gucken mal. Ach du schon wieder. Ach Gott, hier könnte ich eigentlich... Also. Ach du schon wieder. Ach Gott. Ach du schon. Ach du schon. Ach du schon. Ach du schon. Das war's für heute. das steuer macht mich immer noch so ein bisschen wahnsinnig